MJ, deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich seh mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die's ernst. Los, Beeilung. Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du's versuchen? Bitte sehr. Meine Güte. Manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Und die Wärter? Der Boss meinte, wir sollten jetzt in Kontakt schießen. Die Typen sollten lernen, Kunst zu ihren Öffnungszeiten zu schätzen. Das ist unser Ding. Woher sollen wir wissen, was wertvoll ist und was nicht? Warte, jemand hier... Spider-Mac war hier. Wie macht das? Er ist getroffen! Ich kenne paar der Typen. Da ist Frederico Friselli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Die Typen können nicht mal legal parken. Moment, was ist das? Hey, was ist das? MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich sehe mir das an. Die Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der wiederholten Diebstähle ist beinahe so faszinierend wie das Kunstwerk selbst. Sieht für mich nach einem stinknormalen Gemälde aus. Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal, MJ. Da kommt jemand. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Verdammt. Jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Hey, sagt Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Augen auf! Diesen Signalbedeugnis Spider-Man ist in der Nähe. Ich kann Spider-Man irgendwo sehen. Dieses Sicherheitsglas durchdringt nichts. Wir haben einen Job zu erledigen, bevor sie aufkreuzen. Also los! Denkst du, diese Skulptur ist was wert? Die Kops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles, was geht, und dann raus. Toll. Jetzt blündern sie die anderen Kunstwerke. Ich muss sie aufhalten, bevor sie entkommen. Jetzt gibt es nur einen Weg nach draußen. Der, auf dem sie reingekommen sind. Versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Das ist nicht eine Liga, Penner! Was ist das für Zeug? Wir verlieren von allen Seiten heute! Wie wär's, wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für deine Gefängniszelle schicke? Ihr hört nicht ab zu springen! Kopf hoch! Vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis. Seines Andenken für unterwegs? Das ist hässlich. Sieht doch teurer aus! Lenk ihn ab! Ich bin... Hab ihn! Oben, ihr Idioten! Was ist das denn? Da unten bleiben! Pete, bist du da? Alles okay? Ja, ich glaub, ich hab sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe gut genug. Die Sicherheitswand ist intakt. Und kugelsicher. So schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich ruf dich gleich nochmal zurück, okay? Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl... Ein bisschen. Also, du schwingst jetzt solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Hüftig! Hüftig! Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Ich lösche dich aus! Was war noch längst nicht alles? Über uns! Hüftig! Über uns! Über uns! Mitstrap an! Was ist denn ein Pfeifel? Holt! Ich mag deine neuen Tricks. Und ich hab deine Alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey, Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger.